Tag zusammen. Der KI-basierte Chatbot von OpenAI hat ja in den letzten Tagen für etwas Aufsehen gesorgt, weil er ja als doch recht mächtiges Werkzeug unterschiedliche Alltagsaufgaben recht zügig und gut bearbeiten kann. Also das ist jetzt das Schreiben von Texten, das Erstellen und Lösen von Rechenaufgaben. Er kann Programmieraufgaben bearbeiten und Code verbessern. Er kann ja sogar Gedichte schreiben. Und ja, ich will es mal ausprobieren in diesen und den nächsten Videos, ob man den Chatbot einsetzen kann in Studium und Lehre. Und zwar aus Sicht der Studierendenschaft auf der einen Seite. Also kann man jetzt als Studentin oder Student diese KI-basierte Intelligenz oder den Chatbot einsetzen, um sich bei seinem Studium unterstützen zu lassen. Klausurvorbereitung, wenn man jetzt einen Vortrag vorbereiten möchte, eine Seminararbeit schreiben möchte, Praktikumsbericht verfassen möchte. Also das will ich mal ausprobieren, was er da kann, ob das ein sinnvolles Werkzeug ist. Und dann auf der anderen Seite, wie sieht es aus für die Professorenschaft und auch für Lehrerinnen und Lehrer an Schulen. Ist der Chatbot ein Werkzeug, was wir einsetzen können, um unsere alltäglichen Aufgaben ein bisschen zur Vereinfachung auszulagern? Dass der Chatbot uns kleinere Texte schreibt, uns bei der Erstellung von Klausuren unterstützt. Das will ich dann einmal ausprobieren. Denn auf der einen Seite ist es schon ein sehr mächtiges Tool. Er hat eine immense Datenmenge zum Lernen bekommen. Aber er hat natürlich auch Grenzen. Bei Rechenaufgaben kann man beobachten, dass er sich da schon mal ganz gerne verrechnet. Vor allem, wenn es dann mit physikalischen Einheiten ist. Da muss man immer kritisch sein, was er da rechnet und was er da ausbekommt. Auch bei Texten, die er schreibt. Also er hat keinen Live-Zugruf auf das Internet. Er kann nicht mit Quellen arbeiten. Also da muss man aus wissenschaftlicher Sicht schon kritisch sein. Er kann jetzt keine ganze Bachelorarbeit oder Masterarbeit schreiben. Aber dennoch kann er unterstützt werden. Das will ich jetzt mal ausprobieren, was man so machen kann. Ist das ein sinnvolles Tool, was man einfach mal mitlaufen lassen kann? Oder ist das ein nettes Gimmick, aber für Studium und Lehre eigentlich kein sinnvolles Werkzeug? Ich habe ein paar Fragen und Aufgaben vorbereitet. Wir starten mal los und fragen ihn direkt mal ganz konkret, ob er uns beim Studium unterstützen kann. Schauen wir mal, was er da sagt. Schleichen wir dir jetzt ein paar Dinge vor. Wir müssen ihm ein paar Infos geben, also dass wir ihm sagen, was wir studieren, welche Unterstützung wir brauchen. Aber grundsätzlich ist er bereit, uns zu helfen. Das ist ja schon mal erst mal sehr positiv. Das haben wir jetzt auch erwartet. Machen wir direkt mal einen konkreten Fall, den sicherlich jeder Student, jede Studentin kennt. Also wenn wir jetzt Klausurvorbereitung sind in zehn Tagen, gibt es die erste Mathe-Klausur, Analysis aus dem ersten Semester im Bachelor. Die Frage, wie kann man sich darauf vorbereiten, kann er uns da unterstützen? Und da natürlich so ein paar allgemeine Hinweise, die aber sicherlich nicht verkehrt sind, aber sondern dass man sich einen Überblick über den Stoff verschafft, dass man die Vorlesungsunterlagen nochmal durchgeht und Notizen macht. Das ist eigentlich so der Klassiker. Da kann man halt versuchen, weitere Lernmaterialien, also Lehrbücher, Tutorials etc. sich Infos zu holen, sich einen Tutor wenden oder auch die Lerngruppe bilden. Das ist jetzt hier das dritte Beispiel, dass man die Notizen austauscht. Dann klar, das Üben von Klausuraufgaben, das will ich jetzt gleich auch mal ausprobieren, ob das funktioniert, also ob er uns ein paar Klausuraufgaben geben kann. Und dann, wie man so ein bisschen auch im Stressmanagement quasi macht, also eine körperliche und geistige Verfassung, also finde ich auch ein sehr schönes Beispiel, dass man da versucht, also auch mit den Soft-Skills, würde ich es mal nennen, ein bisschen Unterstützung bekommt. Also finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache, dass er auch darauf eingeht und da auch Hinweise oder Tipps geben kann. Also fragen wir uns jetzt mal ganz konkret, wie wir uns jetzt beim Lernen für eine Klausur, ob das jetzt Analyse ist oder Physik im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen oder im betriebswirtschaftlichen Bereich. Das spielt eigentlich gar keine Rolle thematisch. Er ist ja sehr breit gefächert aufgestellt, aber mal gucken wir mal. Für eine Analyse ist er, er weiß ja, es geht um diese Klausur. Das haben wir ihm ja vorher gesagt. Er gibt jetzt ein paar Tipps zum Lernprozess. Er kann uns bei bestimmten Fragen, kann er uns helfen, damit wir das Material besser verstehen. Er kann uns Übungsaufgaben bereitstellen und kann sogar Lernstrategien mitentwickeln. Auch das ist sicherlich ganz hilfreich. Ich denke, was wir machen sollten, ist, er soll uns mal eine Übungsaufgabe erstellen. Er schränkt natürlich jetzt seine Kompetenzen ein. Aber er soll uns jetzt mal eine kleine Rechenaufgabe bauen in der Analyse. Extremwertberechnung, klassische Aufgabenstellung, nichts Kompliziertes. Kennt man jetzt auch aus der Oberstufenmathematik. Da ist der Übergang an die Hochschule jetzt fast schon fließend. Einschränkung noch, ich möchte jetzt nur die Aufgabe, nicht die Lösung. Und er soll die Formel lesbar schreiben. Manchmal schreibt er den in so einem Mathematikmodus. Das ist nicht ganz so günstig. Jetzt gucken wir mal, was er baut. Also das ist jetzt tatsächlich live. Also er hat jetzt hier ein recht einfaches Polynom. Und wir sollen jetzt die Wendepunkte berechnen. Jetzt gibt es sogar noch einen kleinen Hinweis. Das heißt also, da müssen wir jetzt gar nichts großartig machen, wenn wir jetzt nicht wissen, wie es weitergeht. Das ist, wie gesagt, sicherlich eine einfache Aufgabe. Er kann auch schwere Aufgaben stellen und sich ausdenken. Aber zum Üben, wie auch die Oberstufenmathematik, oder für Einstieg in die ersten Aufgaben der Analysesvorlesung an der Universität oder der Hochschule, ist das eigentlich ganz nett. Also er soll die Aufgabe jetzt mal lösen. Mal gucken, was er macht. Da muss man, wie gesagt, immer ein bisschen kritisch sein. Also ähnlich, wie man das vielleicht kennt von Musterlösungen, die man sich in der Fachschaft besorgen kann. Von Altklausuren kannst du auch schon mal Fehler geben. Also erste Ableitung. Das sieht schon mal gut aus. So, und jetzt müssen wir diese Gleichung lösen. Wir wollen ja die Wendepunkte haben. Da sehen wir, er findet jetzt direkt zwei Wendepunkte. Also bei x gleich 3 und x gleich minus 2 hat er zwei Wendepunkte. Jetzt müssen wir halt gucken, ob sich da Extremwerte ergeben. Da muss man ein bisschen aufpassen, auch bei der Schreibweise. Also das ist so ein bisschen huddelig. Ja, also hat jetzt die... Also hat er jetzt richtig gerecht... Wenn wir uns das mal angucken, er hat die erste Ableitung gebildet. Also wir wollen ja den Wendepunkt haben. Da brauchen wir eigentlich die zweite Ableitung. Und nicht die erste für die erste Ableitung. Da haben wir ja ein Maximum oder ein Minimum. Und setzen dann ja die Funktion ein. Also fragen wir ihn mal. Muss man für die Bestimmung der Wendepunkte nicht die zweite Ableitung bestimmen? F von x bestimmen. Kannst du das machen? Fragen wir ihn mal. So, schauen wir mal, was er jetzt dazu sagt. Also, zweite Ableitung. Schauen wir mal, ob man die jetzt richtig berechnet. Genau. Da gibt er uns nochmal die Funktion an. Die zweite Ableitung. Das sind 6x minus 12. Das stimmt. So, da müssen wir gucken. Also wir haben bei x gleich 2 den Wendepunkt. Auch das stimmt. So, und jetzt guckt er, rechnet er den Funktionswert an der Stelle aus. Eigentlich geht es jetzt ja um die dritte Ableitung. Er macht es halt mit der Nachbarfunktion. Dass es jetzt ein Minimum ist. Das müssen wir jetzt nochmal nachrechnen. Aber an sich, wir sehen, er kann das Beispiel geben. Aber eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Er ist nicht fehlerfrei. Also man muss schon gucken, was er da macht. Und gegebenenfalls ihn nochmal bitten, das zu hinterfragen. Das heißt, wenn man da denkt, dass man selber einen Rechenfehler hat oder nicht weiß, was er da gerechnet hat, ist es auch immer wichtig, da kritisch nochmal nachzufragen. Und dann versucht er auch, sich zu korrigieren. Das klappt aber auch nicht immer. Also von daher, er ist an der Stelle, und das direkt als Warnung, nicht frei von Rechenfehlern. Und mal nächstes Beispiel. Jetzt wollen unsere Bachelor-Thesis in zwei Wochen abgeben. Wir haben jetzt eine Versuche gemacht. Die Ergebnisse sind fertig. Und jetzt bräuchten wir mal einen Zeitplan, damit wir die Thesis schreiben können. Und wir brauchen keine Abschlusspräsentation. Das müssen wir ergänzen. Sonst plant er dann noch ein, dass man noch das Abschlusskolloquium mit vorbereitet in den zwei Wochen. Also, klassischer Fall. Wir gucken mal, was er jetzt macht. Also, da wollen wir zuerst die Gliederung machen für die Thesis. Ja, das ist natürlich klar, dass wir da die klassischen wissenschaftlichen Standards entsprechend gliedern. Dann, nur realistische Ziele setzen. Klar, auch das sind jetzt mal sehr allgemeine. Mal gucken, ob er dann gleich auch noch einen konkreten Zeitplan uns baut. Also, das sind, wie gesagt, bisher sehr allgemeine Ziele. Aber, ja, ist, also, sicherlich sinnvolle Hinweise. Er kann auch hier ein Betreuer oder ein Schreibzentrum, was an den Hochschulen existiert, sicherlich auch nutzen. Ja, also, bleib motiviert und fokussiert ist auch eine sehr schöne Motivation. So, jetzt wollen wir es mal ein bisschen konkreter machen. Dann kannst du mir einen Lern-Zeitplan erstellen für die nächsten 14 Tage. So, er weiß ja, dass es um die Thesis geht. Mal gucken, was er jetzt draus macht. Ja, jetzt geht es konkret los. Wir bauen uns am ersten Tag jetzt die Thesis. Also, Hintergrund ist, mit der Thesis Zeitraum, mache ich noch mal ungefähr neun Wochen, vielleicht mal zwölf Wochen. Hängt so ein bisschen von der Hochschule ab. Aber ich denke mal, so die letzten zwei Wochen kann man sich dann nehmen zum Schreiben, wenn dann die Versuche und die Recherchen abgeschlossen sind. Und wie man sieht, also, das passt jetzt ganz gut. Wir schreiben erst die Gliederung, dann Tag 2, 3 den Einleitungsteil und die Vorgestellung. 4, 5 dann den Hauptteil. 6, 7 haben wir dann den Entschlussteil. Tag 8 und 9 Überarbeitung der Thesis. Dann die Literatur. 10, 11, 12, 13 finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Jetzt zwei Tage fürs Inhaltsfatz, das ist das Deckblatt. Aber da geht es sicherlich auch immer um die Korrektur. Und ja, also ist eigentlich ein ganz passabler Zeitplan. Und wenn man sich da so ein bisschen daran hält und sich von dem Chatbot da unterstützt lässt, finde ich eigentlich eine ganz passablere Sache. Da kann man sich so ein bisschen, wenn man da im Zeitmanagement selber Schwierigkeiten hat, dass man auch, wenn man sich so einen Praktikumsbericht oder so eine Seminararbeit abgeben muss, eine Hausarbeit, kann er da einfach helfen, sich einen eigenen Zeitplan zu setzen, oder setzen zu lassen, sich da Unterstützung zu holen. Denn es gibt ja viele Studierende, die sich da einfach tatsächlich mitschwertun. Nächster, nächstes Beispiel, was man ja als Studentin oder Student auch häufig machen muss, ist es, sich mit wissenschaftlichen Texten auseinanderzusetzen. Sie sind ja dann häufig auf Englisch. Und was der Chatbot auch kann, jetzt sicherlich nicht so gut wie manche Übersetzungsseite, wie jetzt zum Beispiel Deep L oder so, aber er kann englische Texte übersetzen und einem unterstützen dabei. Also er soll jetzt bitte mal diesen Text hier, den ich jetzt hier reinkopiert habe, ins Deutsch übersetzen. Das ist der erste Abschnitt aus dem Wikipedia-Artikel zu Wind Power, also zu Windenergie. Mal gucken, was er macht. Also erstmal leg ich da los. Und wie man feststellt, er bleibt sehr nah an dem englischen Text. Das ist ein sehr, ich sage mal, hulprig übersetzter Text. Aber trotzdem, wenn man jetzt einen englischen Text hat, den man jetzt nicht direkt versteht, kann man diesen Chatbot dafür nutzen, dass er einem hilft, diesen Text ins Deutsch zu besetzen und damit dann vielleicht einen ersten Einstieg bekommt. Jetzt, wie gesagt, er kann jetzt mit der Quelle nicht arbeiten, er kennt die Quelle nicht. Jetzt möchte ich aber, dass er diesen Text vielleicht auch nochmal ein bisschen verbessert. Also auch wenn man selber einen Text formuliert hat und denkt, ach, ist der wissenschaftlich oder klingt der sehr umgangssprachlich? Wenn man jetzt einen Abschlussarbeiter oder eine Seminararbeit schreibt, sollte das natürlich schon eine wissenschaftliche Sprache sein. Auch dabei kann der Chatbot unterstützen. Also er soll diesen Text jetzt mal nehmen. Und wie man jetzt sieht, baut er jetzt aus dieser deutschen Übersetzung einen neuen Text, der schon wissenschaftlicher klingt. Das ist sicherlich jetzt nicht die höchste wissenschaftliche Sprache. Aber das ist schon eine Unterstützung. Also er kann auch Rechtschreibfehler, Zeichensetzungsfehler korrigieren. Ähnlich wie das jetzt auch so Textverarbeitungsprogramme natürlich machen. Aber es hilft, dass er einen dabei unterstützen kann und sich, ja, man kann sich auch für Hilfe holen. Was ich eigentlich eine sehr nützliche Eigenschaft finde, dass man einzelne Textabsätze jetzt nicht sieht. Man kann jetzt nicht den ganzen Textreihen kopieren, die ganze Bachelorarbeit und sagen, zieh die mal gerade. Aber so einzelne Abschnitte, wo man denkt, ach, kann man da vielleicht noch ein bisschen was dran drehen an der Formulierung, finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache. Letzter Punkt, den wir jetzt in dem ersten Einstiegsvideo uns mal angucken wollen, ist, ob er mal so eine E-Mail formulieren kann an den Studiengangsleiter. Also er soll jetzt mir mal eine Mail schreiben. Er ist Studiengangsleiter des Studiengangs Erneuerbare Energien am Umweltcampus. Und er soll jetzt eine E-Mail schreiben, die wir dann als Studieninteressierter an den Studiengangsbeauftragten schicken können. Mal gucken, was er daraus macht. Also auch da, wenn man sagt, oh Gott, ich muss einem Professor eine E-Mail schreiben, wie formuliere ich das, damit das nicht so flopsig klingt und dann hier in so einem WhatsApp-Stil. Ja, und jetzt, also der Text ist jetzt nichts Kompliziertes. Aber trotzdem eigentlich eine ganz interessante Antwort, die er uns da baut, eine E-Mail. Und ja, die E-Mail können wir jetzt so nehmen. Wenn ich die jetzt bekomme von diesen Studieninteressierten, würde ich da gerne darauf antworten und entsprechend dann was vorbereiten. Also von daher, wir sehen bei der Matheaufgabe für die Close-Unterstützung, da muss man ein bisschen kritisch sein. Aber klappt eigentlich grundsätzlich ganz gut. Vor allem, also die Aufgabe selber ist das, wie ich hier bei der Musterlösung. Da kann er vielleicht eher als Hinweisgeber dienen, ob die Musterlösung immer vollständig richtig ist, ist immer so eine Frage. Aber er ist sicherlich eine sehr gute Unterstützung. Er kann uns beim Zeitmanagement helfen. Er kann den Studierenden beim Formulieren von wissenschaftlichen Texten unterstützen. Er kann sie nicht selber schreiben, weil, wie gesagt, die Quellen-Zitation vollständig fehlt. Das klappt überhaupt nicht bei dem Chatbot. Also noch nicht. Vielleicht kann er das in der nächsten Version. Nein, er kann so typische Aufgaben, also eine Mail an so einen Prof zu schicken. Da kann man sich auch Unterstützung holen. Also von daher würde ich jetzt nach der ersten Runde sagen, ja, also der Chatbot GPT ist eine gute Unterstützung. Den kann man einsetzen als Studentin oder Student im täglichen Arbeiten im Rahmen des Studiums und sich da digitale Hilfe holen. Also von daher eigentlich eine sehr schöne Sache.